Ich frage mich, ob wir wirklich bald zum Geheimdienst gehören. Super Panzerfaust oder Scharfschützengewehr? Aber du, Hagel? Sie müssen echt sowas von am Arsch sein, wenn ihnen Schweinehirten wie dich in ihre feine Gesellschaft sind. Terence, weißt du, ich glaube, es wird Zeit, dass du deine Fresse hältst. Wenn du sie hältst. Und wo sind sie? Da ist noch was. Ich komme nicht raus, wenn man die anzieht, glaube ich. Anzieht im Visier hat. Runter! Der ist vermutet! Boah! Ja toll, was sollen alle machen? Ich will da nicht so oft so offensichtlich stehen bleiben. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Okay. So. Warum muss ich denn immer so weit laufen? Und die ist dann nämlich größere Deckung, und zwar das hier. Ja, das tut. Was ist denn Schwarz! Euer Faust, Opa! Mviolentin Gronter, und zwar das Baust. Kommiß alle Borde? Nee, geh mal! beauty Seems outside! 'mRightin! Mach ins Kqueite! Ehh, was ist denn jetzt? paap Sandler! grows up Teintree! Ich glaub ich immer gegen den Felsen geballert. Wo sind sie? Da ist noch einer. Ey, ich werd nicht mehr. Ich kann mich da nicht hinschießen. Der Blödmann. Nein, nicht schon wieder. Guck, mein Team macht das schon. So, wieder Energie. Jetzt wollen wir eine andere Waffe. Da ist eine, da ist viel besser. Ja, Muni. Gut, ich glaub ich nehm das, wenn die da schon liegt. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Wer ist hier drüben? Panzer! Dacht ich's mir doch, wenn eine Panzerfaust liegt. Panzer! Der Panzerfaust! Auf der Feuerjug! Auf die Fieberkontrolle raus! Ui! Lad nach! Und tot! War mir eigentlich klar. Komm laden! Ich bin laden jetzt! Na? Da sind wir doch! Ja super, noch besser geklappt. Und dann lädt er immer so lange. Das ist immer wundervoll. Das geht so schnell, da kriegt man gar nicht mit, wo man sich verstecken kann. Okay, einen Schuss haben wir. Beschütz mich! Wo sind sie? Wo sind sie? Sauber. Scheiße, der Willi ist deine Bege hier. Los jetzt! Weiter, weiter! Ich brauch das. Danke. 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 Da ist er! Den VIP nicht umdringen, wir brauchen ihn lebendig. Schieß jetzt! Willst du... Das habe ich mir auch gedacht. Ein USB-Stick. Interessant. Scheiße, sie haben es getan. Redwood sagt Sven Attrappe. Ist es ja auch. Das mit der Attrappe haben sie von mir. Sie würden die richtige Waffe niemals dorthin bringen. So viel wussten wir schon. Na ja. Packs. Also gut. Vor Monaten installierten wir ein Relais an einem alten französischen Wetter-Satelliten, um das georbitische Militär abzuhören. Bekamen einige Infos, darunter die Sache mit der Attrappe. Dann kamen diese Typen. Die haben alle ihre Infos? Ja. Keine Backups? Wo? Im Himmel! Oh mein Gott! Wir müssen in den Himmel! Oh ja, Crack the Sky! Sammelobjekte, eins von eins. Warum habe ich das schon? Ich checke hier nichts. Las Montanas! Ach so, so ein super Satellitenschüssel. Mit Empfängter bestimmt viele Programme. Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs. Und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut. Marlow, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert. Boah, geil. Was ich keine Chance mache, ich bin Pazifist. Was? Pazifisten? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Tja, ist schlecht für meinen Karma-Mang. Damit scherbst man nicht. Ich fliege nur. Rex, lass gut sein. Hör auf, geschissen! Damit komme ich nicht klar, du B3. Ich schiebe dir dein Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Richtig auch mal? Du verdammter, großkotziger Scheiß-Liberaler! Lass uns die Landeszone säubern! Ich seh doch nichts. Panzerfäuste! Verkiss! Sie fliehen! Verschäufen sie aus! So! Ich brauch die Entdeckung! Oh! Okay, da unten sind so viele von denen. Gehe ins Zieleflug für euch! Ja, wo denn? Ja! Feuer weiter auf die Ziele! Wackelt weiter die Panzerfaust-Ziele ab, dann ist alles Paletti! Panzerfaust! Von links, ach du Scheiße! Am Arsch, hör mal! Nein! Und du achtest auf Panzerfäuste-Himmel! Halt uns mit Verwägung, Flynn! Sieh zu, dass ihr sie trefft! Ich sehe zu, dass wir uns nicht treffen! Ich seh ja noch nicht mehr als alle! Oh, weg damit! Ha, ha, ha! Tschüss! Boah! Ich muss da kommen nicht hin! Okay! Wir feiern reich landen! Feueraktel! Einfach weiter! Ich bringe uns auf dem Dach runter! Genau, die fahren mit Sprengfässer auf dem Dach! Ist klar! Schatte! Schatz ab aus! Okay! Wir landen in drei, zwei, eins! Okay! Los! In das Haus! Macht schon! In das Haus, Mann! Wo denn? Ah, fliegt doch nicht weg, Mann! Bravo, To! Ich mach die Biege! Wenn ich beibeziehe, ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich! Geht mit Gott! Na? Keine L da! Bulletstorm wollte ich mir eigentlich auch mal angucken, weil das so ein bisschen so ein Mix ist aus Shooter und RPG und so eine Scheiße! Und das finde ich eigentlich ganz geil! Aber mal sehen! Eins nach dem anderen! Hat mein Bruder ja auch schon gespielt! Und da war es schon sehr gut! Ja, ist ja gar nichts los! Mach da oben hin! Das ist wohl der einzige Weg hoch zur Station! Na gut, dann gehen wir mal nach hoch! Gut, dass die Steine mit Kisten hier haben! Die habe ich ja auch bei rumstehen, bei einer Basis! Der MG ist schon weg, Mann! Nein, laden wir nach! Nein, laden wir nach! Laden wir nach! Hä? Wo ist er denn? Ich nix wissen! Da ist irgendwo nur einer! Ich treffe ihn aber nicht! Ja, ich habe nur vier! Okay! Wenn er das sagt, leite den Satelliten um! Und du hast ihn festgelagelt! Eins nach Haus in Bewegung! Wo denn? Boah, das ist geil, wenn eine laute Explosion kommt, hat man da nichts zu hören, erst mal! Cool gemacht! Scheiße! Granate! Da hat die Animation gefehlt! Kali? Ohho! Dann sind wir hier! Höhö! Nachgeladen! Höhö! Nachgeladen! Höhö!